Servus meine Freunde, was machen wir heute? Heute machen wir Lammkeule. Erstmal machen wir die Soße, 3 Esslöffel Joghurt, 2 Esslöffel Senf, 1 Esslöffel süße Paprika, 1 halber Teelöffel Knoblauch gemahlen, 1 halber Teelöffel Thymia, 1 halber Teelöffel Rosmarin und 1 halber Teelöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Meersalz plus eine halbe Zitrone. Jetzt tun wir das Fleisch anschlitzen, damit wir Knoblauch rein tun können oder ihr könnt gemahlenen Knoblauch schön darüber streichen, wie ihr möchtet. Die schönen sind auf der Platte. Meine Lammkeulen sind fertig. Die Schöne 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 sind fertig. Lampkeule ist fertig, jetzt machen wir es mal auf. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Es ist doch böse, also da. Die Porsion 1. 2. einmal so von der mitte jetzt ist es mit der familie wir sehen uns im nächsten video bis dann